Unregelmäßiger Moinsinn Ich cringe mich auch zu sehr. Früher, vor so einem Jahr, da war ich so der übelste Cringe-Lord und so, aber komm wir hauen mal kurz den Wheelie raus, mal gucken ob das geht Ne geht nicht Ich weiß auch nicht was ich gerade mache auf dem Marktplatz, also Leute, damit wir hier kurz den kleinen Bildungsauftrag erfüllen, guckt euch diesen Marktplatz an Es ist der größte umbebaute Marktplatz in ganz Deutschland Oder der ist aber auch eigentlich komisch, nicht dass da gleich die Klappe aufgeht und die mich dann einstecken würde Was? WTF? Auf jeden Fall zeig ich euch jetzt einen Lifetime für den Winter, wie euch nicht mehr warm wird Oh no 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 Wärm wird Wärm wird Ja Leute Auf jeden Fall Einfach Mit den Händen an den Auswurf gehen, wenn er zu warm ist Das kann nämlich auch sein Denn halt, dann zieht ihr euch einfach euren Handschuh aus Und haltet einfach Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht Haltet die nackte Hand hinter denen So fünf Minuten ungefähr Bruder Selbst Sogar nach drei Minuten, wenn ihr fast gestorben seid zur Kälte Brudi Also ihr seid wie neu Mhh Schön Und zu weich Ist der neu? Nein, mit Perwoll gewaschen Mhh Mann, der ist zu kratzig Also ich sag's euch nicht Also Das ist halt wirklich dieser andere Profi-Tipp Und äh ja Den hab äh natürlich ich entdeckt Ich sag den auch, wenn die Polizei hier einmal rüber guckt Und sehen, was ich hier für eine Scheiße mache Ach Ich weiß auch nicht Ich fahr hier mal lieber weg Und lass dich her Bruder, was ist denn hier? Also Ne ne Also äh Bruder Ja Ich nehm grad ein paar Videos ab Für Den Bike-Porn Moin Ne, wieso, da kann man Da kann man doch reinschieben Ja ist ja klar, im Wald fährt man ja nicht Motorrad Würde ich euch in einer Stunde oder so nochmal sagen Würde ich euch in einer Stunde oder so nochmal sagen Man muss sich auf jeden Fall umgewöhnen Es ist Es fährt sich anders Ja 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 Das geht natürlich nicht ne Ja Da ist ja direkt die Straße da vorne Wenn ich mitten im Wald stehen würde Wenn ich mitten im Wald stehen würde, wäre das ja was anderes Ja Ja Aber sie wissen schon, dass das datenschutzrechtlich nicht so okay ist Ich bin doch hier reingeschoben Was ist denn sein Problem? Ich überfahre seinen Hund gleich echt mal Hier darf man doch fahren Kein Plan, wo ich hier bin Ich war eben bei diesem Wohngebiet Bin einfach die Straße weitergefahren und auf einmal Hä? Hä? Lul? Wo bin ich denn jetzt nochmal? Also ich dachte ich kenn mein Dorf mit 1000 Leuten oder so oder irgendwie 1000 oder 900 irgendwas Leuten auf jeden Fall um die 1000 Leuten rum so Ich glaub ich kenn das, ich dachte ich kenn das Dorf auswendig aber Bruder diese Straße Die scheinen ganz schön alt zu sein und die kenn ich auch irgendwie nicht Bis zum nächsten Mal Tschüss